Ja, herzlichen Dank an die Kollegen der Nachrichten. Gleich rein in diesen Tag. Herzlich willkommen, hallo zu Brisant am Donnerstag. Zu Beginn heute eine Geschichte wie aus einem Krimi. Eine verschwundene Millionärin, die Monate nicht entdeckt wird, nur ihr Auto wird gefunden. Dann gibt es plötzlich eine Festnahme und fadenscheinige Erklärungen für diesen vermissten Fall. Und nach fünf Monaten wird die Frau dann gefunden, tot. Nun hat ein Gericht versucht, diesen spektakulären Fall zu enträtseln und heute ist ein Urteil gefallen. Das also zum Prozess. Thema Einbruch jetzt bei uns. Für viele ist da trotz der beruhigenden Nachricht, dass die Einbruchszahlen grundsätzlich sinken, trotzdem eine gefühlte Unsicherheit. Und wer einmal Opfer eines Einbruchs war, der leidet unter dem Trauma manchmal sogar ein Leben lang. Und jetzt beginnt wieder die heiße Phase. Es wird eben früher dunkel. Und deshalb stehen auch die Sonderkommissionen, die extra dafür gegründet wurden, vor einer schwierigen, wichtigen Zeit. Und heute gab es zu diesem Thema Neues. Es gibt Recherchen, die den Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin möglicherweise in einem anderen Licht erscheinen lassen. Über Monate haben RBB und Berliner Morgenposter für 50.000 Aktenseiten durchwühlt. Und da kommt jetzt plötzlich das Landeskriminalamt NRW ins Spiel. Und da geht es um enge, möglicherweise fragwürdige Verbindungen zum Attentäter Anis Amri, dem Mann, der damals den Lkw gesteuert hat. Ja, und möglicherweise muss nach diesen Recherchen mindestens einiges nochmal erklärt werden. Die Kollegen von Kontraste machen das heute Abend noch einmal zum großen Thema um 21.45 Uhr. Da beginnt diese Sendung hier im Ersten. Das Wort, um das es jetzt geht, das klingt sehr sperrig. Doch wer Hausbesitzer ist, für den steckt hinter diesem Wort die nackte Angst. Und zwar Straßenausbaubeitrag. Manche kennen es vielleicht auch unter Anliegergebühr. Auch ein schönes Wort. Hausbesitzer müssen nämlich in vielen Regionen Deutschland bei der Straßensanierung mitbezahlen. Und das nicht zu knapp, wie der folgende Fall aus Schleswig-Holstein zeigt. Wo ein Bauer jetzt nämlich um seine Existenz bangt, weil es im Ort eine schicke neue Straße gibt. Und möglicherweise steckt hinter dieser speziellen Geschichte sogar noch ein bisschen mehr. Ein großes Bild mit viel Spaß. Ja, gerade ein Riesenthema überall, der Sexskandal in Hollywood. Wir hören jetzt, was deutsche Schauspieler eigentlich darüber denken. Bräsant prominent. Der Sexskandal um Harvey Weinstein zieht immer größere Kreise. Nicht nur in Hollywood melden sich viele Stars dazu. Überhaupt auf der ganzen Welt sprechen Frauen zum Thema. Und sie sagen, das ist eben kein Ausnahmefall. Wir haben sowas auch erlebt. Und die Besetzungscouch ist eben kein billiger Mythos aus irgendeinem Film. Deshalb sehen wir hier auch deutsche Stars. Was denn auch unter deutschen Schauspielern, wie zum Beispiel Christine Neubauer und Hannes Jenecke, ist das Grase gerade das große Thema? Ja, großes Thema überall. Was machen die Royals heute? Kate geht es in ihrer Schwangerschaft ja endlich wieder ein bisschen besser. Sie hatte ja mit schwerer Übelkeit zu kämpfen. Und jetzt wird die Familie aber erneut belastet. Und zwar durch Negativschlagzeilen, die man sicher auch im Buckingham Palace nicht so gerne liest. Denn Kates Onkel muss sich vor Gericht verantworten, was da los ist. Das verraten wir Ihnen natürlich. Solche Dinge kommen aber, muss man auch sagen, in den besten Familien mal vor. Da ist Kate nicht die Erste und eben auch nicht die Einzige. Und Sie haben sich extra die schicken Hemden angezogen. Zurecht, denn das sind unsere Aufsteiger der Woche. Die jungen Zillertaler. Vielleicht müssen wir da eine Wissenslücke schließen. Das sind sehr erfolgreiche Jungs im Schlager. Und sie mögen Action. Wir haben sie beim sehr engagierte junge Männer. Einen royalen Nachtrag haben wir noch, was da wohl besprochen wurde. Erst heute wurde bekannt, dass Prinz Harry offenbar bei Oma schon angeklopft hat und Meghan Markle seine Freundin mitgebracht hat. Beide kennen sich ja eigentlich schon von öffentlichen Anlässen. Also wenn Harry da zum privaten Tee vorbeikommt, so munkelt mancher in Großbritannien, steckt womöglich mehr dahinter. Hochzeitsgerüchte, Sie ahnen es. Heute hatte die Queen aber auch anderes noch vor und das dürfte ihr sehr gut gefallen haben. Gut, Film aber auch haben wir nämlich jetzt. Spannendes Stück Zeitgeschichte. Erzählt in einem Film. Es geht um das Leben auf einer Aussteigerinsel. Und so eine Insel war auch Hiddensee zu DDR-Zeiten. Und es gibt einen ganz spannenden Roman, der von den Aussteigern auf dieser Insel erzählt. Und der wird jetzt fürs Erste verfilmt mit ganz tollen Schauspielern. Allerdings wird nicht gedreht auf Hiddensee, sondern in Litauen, weil es dort heute eben noch ein bisschen eher so aussieht wie damals auf Hiddensee. Und wir waren bei diesen Dreharbeiten und die Schauspieler, die mussten ganz schön leiden. Es war nämlich kalt und sie hatten wenig an. Koso, da steht es nochmal. Das Buch demnächst also als Film. Und uns gibt es ganz schnell wieder, nämlich morgen. Und hier freut sich jetzt Kai Pflaume auf Sie. Von uns einen schönen Abend. Tschüss.